Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege Und einen Ruf vorm Hund Der Hunde grüßt euch Hallo Hunde, grüezi Und ich nehme Rook Ach komm Ella I wanna Ella Ella Eh 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 It's under my umbrella Ella Was? Was denn? Ich als Dieter Bohlen gebe einen Null von 10 Punkten Ach Dieter Bohlen Den kann man zum Mond schießen Warum lade ich so lange? Weil du den Lutschen besser Genau Den Raum sicher Gell wird wahrscheinlich den besten PC aus der kompletten Lobby Lädt am längsten Ja Ja Ich habe den 50 Stunden schneller als du Ich habe eine 1080 Ti E7 7700k Und vieles mehr Und vieles mehr Hm Alter ich habe in dem PC 32 verkackte Gigabyte Arbeitsspeicher Ich auch Also Eigentlich bin ich deutlich schlechter mit dem PC aufgerüstet als du und bin schneller damit fertig Auf welchen Einteilungen spielst du? Ähm Mittel bis Ultra Ich spiele alles komplett Ultra Ja okay Mit wie viel nimmst du auf? 60 Ne ich meinte Full HD oder nur HD? Full HD Okay Dann wundert mich das ja noch mehr Lade nach Okay jetzt ist gut Zugang gesichert Wollen die mich verarschen? Ich sehe keinen draußen Da hängt jemand kopfüber am Fenster Okay Ja lass ihn erstmal In die Camps Da kommt noch jemand Und Ah hier sind alle Warte mal Wen haben wir denn? Ja merke ich Sehe ich gerade Die gehen auf dem Dach Den Dach Die werden aber nicht wegsnipern Da Sledge haben sie Und wer ist der letzte? Frost hat voll einer aufs Maul bekommen Ja die gehen durch den ganzen Dings Gehen da durch Gehen da durchgehen Habe ich irgendeinen Lochfall über mir? Nein habe ich nicht Alter da hängt Glässe An dem Fenster hängt Glässe Jetzt springt rein Ich weiß Und wer kommt da runter? Sledge Also ich achte auf den Gang hier Sledge hat daneben Ja und der Noob Ich will wissen wer der letzte ist Nein Wurde ein Noob gebangen Gesperrt Nein Scheiss Spam-Mail wieder ey Da kennen die ey Kennen die das nicht zu Hause lassen? Wäre du schlauer Da können die da nichts machen Komm zu mir Wo bist'n du? Nach da hinten? Ja Ja Die sind im Gang bei mir Ich höre bei mir auch die ganze Zeit über den Schritte Wir sind irgendwo bei uns Auf dem Dach Wusstest du dass du im Liegenlauter bist Ok wir sind bei Frost Ja Frost regelt Ja der ist im Gang Der ist direkt vor der Tio Du kannst ihn abknallen Der ist direkt bei den Ja Eine Gizmo Schmottmine ist bei mir hochgegangen Der kommt rein Der ist direkt vor dem Hauptteilgang Bei Castle Castle liegt hier ist unter Stairs Der letzte ist Blackbeard Ok Das ist Blackbeard Ich hab irgendwie Irgendwie muss ich mal gucken wie ich die DPI für meine Maus einstelle Ich muss die echt auch hören weil auf 70 hab ich die jetzt 70 Äh Die Maus empfindlichkeit im Spiel weil das einfach zu langsam ist für mich Mal Bei den Kampfs kann ich dir nicht viel helfen weil Von wo? Langer Gang Und da hängt er Nee Der stand draußen auf dem Balkon Und hat meine äh Secondary gesehen Da hab ich noch den Schmottmine Nein Wir mussten einfach warten bis der weiterkommt Vier Sekunden und unser letzter liegt Komm 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 Und Hammer Nein Wurde denn gehammert Mit dem Hammer Er hätte eine Sekunde liegen bleiben müssen dann hätten wir gewonnen gehabt Epp Ach ne Also wenn Wenn das umkämpft wird dann geht das weiter Es war doch nicht umkämpft Doch Wenn der Gegner drin ist dann wird es umkämpft Weil der bei mir das umkämpft Zeichen nicht angezeigt hat Ähm Hibana nimmst Nimmst du Hibana? Was? Nein Die kommst du auf Hibana Dann nehme ich die Dann nehme irgendwas was mir noch helfen kann IQ oder so Wieso IQ? Ich hätte jetzt Futze genommen Oder Fuse Na jetzt hab ich IQ Die hat einen geilen Arsch Äh 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 finde ich trotzdem besser du darfst aber gar nicht an sowas denken ahaha mit deinen zwölf jahren da bist du aber so schon mit zwei jahren zu weit zu weit entfernt ach so zehn der moment so kurz gerade 14 ja trotzdem darfst du noch gar nicht an denken ich weiß in der heutigen zeit 14 jährige schon schwanger ich frage mich ob das irgendwelche aufwirken oder das video haben gehört warum ich rede nur über die heutige gesellschaft wenn wir es noch 15 jähriger die schon heiraten also wir sind hier nicht bei der zwangshochzeit in irgendwelchen ist keine sagen heute die heiraten feinwürdig ja und in deutschland geht das nicht das geht nur in irgendwelchen gummels deutschland das geht nicht das gibt nur einen komischen gummels afghanischen staaten oder in amerika sind sie ein rassist nein ich habe eine eigene meinung glaube ich muss das Video auf 18 stellen mach das hier auf das müssen ja ok da macht das warte ich meister kurz nicht die blend ja ok jetzt wird mit da ich habe hier dieses tolle da hängt eine jäger ja da können wir nichts mehr viel machen ach da ok hinten rechts jetzt hinterm bett keine muni mehr der hat sich geheilt ja dadurch gehen sind doch ist behind the bed der kann die man schotten der kann den mann schotten der jackie konnte ihn man schon hat ihn auch hier ist der moment der hier ist an der flore wieso konnte er ihn man schon der ist bei dem vergangen oh nein das ist würde er ist unsichtbar ich habe noch einen assist gekriegt und du bist zweiter und ich bin vorletzter du bist halt scheiße wie gatte du hast nicht mal nen kill du auch nicht doch nen assist das ist kein kill ich würde gerne mal wer würde ich denn mal gerne spielen ach komm der endet reflex habe ich drauf wir werden irgendwie alle operator geklaut wer nehme ich denn ich weiß nicht wer ich nehmen soll ruk finde ich eine kacke rosenbund ich nehme mira ok das ist auch gut ich mache das unter strom und du machst den rest du machst einen winke winke ich mache fenster nein warte hier unten machst du das hier unten damit wir da durchgucken können ob es weinert ob da jemand kommt willst du mich verarschen ich wollte hier gerade ne wand platzieren und du sagst warte du machst das hier hin in die hocke und mal das hier hin und am besten noch hier ein fenster hier in die hocke und da noch ein fenster platzieren warum kann ich hier nichts platzieren warte ich platziere noch stacheldraht und da ist eine dritte durch und durchgemacht okay das kann ich nicht elektrisch machen wo ist die switch da ohne keine ahnung wo die jetzt schön ist okay wenn du das unten machst dann kann ich das nicht schocken wohin ballert er ich weiß es nicht nein unser ruler ist gestorben okay da habe ich was gut gemacht was machst du da hinten ich platziere noch gerade können dann nicht durch weil die geschockt werden in der schock gegen moment ich habe blackbeard noch gescannt vorher in meiner kamera die camera ist kaputt ja er wollte die kaputt schießen und genau in dem moment habe ich ihn gescannt ja dieses scheiß schild warte ich habe eine lücke ich kann da durchschießen gucken und durchschießen ja dann töte ihn ja ich sehe ihn nicht der hängt doch direkt an willst du mich verarschen der hängt doch direkt da ja jetzt hab ich ihn gesehen jetzt hab ich ihn gesehen jetzt hab ich ihn gesehen jetzt ballert ihm sein schild und gib ihm den miesen lichser an heller hab ihn ja so gut alter zum glück habe ich das auf aufnahme ich habe noch plus 10 tontaube bekommen ja so wie du geschossen hast war das auch eine tontaube sag mal habe ich vergessen auf habe ich bei der letzten runde vergessen aufzuhören aufzunehmen oder warum sind wir jetzt schon wieder bei 12 minuten ja hast du zwei monitore ne ein da ist natürlich Twitch ihr killt mich hab ihn achso aber wollt ihr mich verarschen ach komm da waren beide weil sonst hätte ich jetzt mal gefragt ob du mal eben kurz nachschauen kannst ob wir wie lange du schon aufnimmst ähm ja moment ich kann grad nicht minimieren ja ist egal ok jetzt wird mir nicht angezeigt gut doch 12 minuten 13 12 minuten ist in ordnung also ich nehmte 12 minuten 53 auf ja ungefähr so du hast 12 minuten 13 gesagt 12 minuten bis 13 minuten achso na sprich doch mal deutsch wenn das was anderes war dann ach komm schlägt sledgehammer ich will nochmal n'hammern ich will gewinnen ja dann streng dich schon an moment du bist erster streng dich doch mal an sag mir ja du hast bis jetzt kein kill gemacht ja und wie kann ich dein erster sein markieren scannen ich bin einfach der pro vom herrn ja du bist bis jetzt nur gestorben halt's maul ich hab Leute gescannt ja ich hab ein ich hab einen assistenten kill und bin erster und das ist jetzt in ordnung als einer sehr nicht in Gefahr gekommen alles dann wäre unfair ok mister ich bin uns unsichtbar für drohnen ist jetzt soweit dings wird launch und kapkan auch kack an ja mister kack an weiß du hast du nämlich ich mach das au fenster kleines fenster äh geradeaus da da ja da der hat eine kleine lücke da unten gemacht du hast da gerade hingeguckt ja ich weiß bist du tot oder was ja der hat mich da durchgeballert das ist puls ich dachte du hättest den gekillt ne ich bin tot ich dachte du hättest ihn gekillt wie puls mich hat dings gekillt wird ja da hat sich du musst das dir so vorstellen da hat unten ein klein stück abgemacht und dadurch geschossen hat alles gesehen ist ich use puls letzte nächste small room ist der puls 12 you kill das ja nicht drauf an sich können sie ihn jetzt eigentlich gut pushen der blitz geht von den großen tionen die anderen ballern durch das fenster er ist tot ok bei mir wird gerade geslädt ja leute bei mir nutzen kann haben der wieso in dem blöden wortspiel ich hatte schon jemand wurde gebannt holte sonne in der room on the right und kurz geht ihr zu wieder ein schild alles klar ist nicht okay wie dann der versucht man oder oder soll ich doch jemand anderen nehmen ich weiß ich nicht wir nehmen alle rekruten ich wollte schon gut ja okay wir nehmen beide rekrut nein doch seine beine weg gleich jaja der guckt auf die kursse zu der schubbierzeiten zu ok da bei mir gelegt ja es ist ja noch einer ja halt still das tut auch nicht weh dieser puls irgendwie hat scheiße verlieren wir also wir können das nicht gewinnen außer setzscher macht jetzt den hardcore wallhack an und ballert durch die fünf wände vier leute tot oder die laufen ihm vor die fresse und der messer die alle oder er läuft der oder die schwarze weg hä ich habe gar keine schwarze die gehörte auch nicht deswegen halt ach ich glaube es scheint mit der ump davor ne wie hat er denn die ump ja alter wie hält er denn die ump überm kopf oder was alter scheiß verlieren tja sieger ja ne ist klar die alliierten gewinnen und die deutschen verlieren ja ok bis zum nächsten mal abonniere liken und halt nicht vergessen tschau machst du auf